Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch eigentlich geht's gut. Ihr seid alle gut in diesen Tag reingestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 16.600 US-Dollar. 100 Dollar über dem Preislevel, was wir gestern gehabt haben. Trotzdem gilt es, einige Level im Auge jetzt zu behalten. Außerdem werden wir uns natürlich Ethereum anschauen. Wir werden uns eure Altcoin-Wünsche anschauen. Und heute Abend um 19 Uhr ist wieder Livestream-Zeit. Also jeder, der Bock hat, heute Abend gerne um 19 Uhr auf dem Kanal vorbeischauen. Und bevor wir starten, lasst doch dem Video gerne ein Like da, um den Algo ein bisschen zu pushen. Einen Kommentar mit euren Altcoin-Wünschen. Und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, gerne abonnieren. Gut, damit genug Eigenwerbung gemacht. Jetzt würde ich sagen, starten wir durch. Wie gesagt, 16.640 traden wir momentan. Wir haben diesen kurzweiligen Downtrend im 4-Stunden-Chart erst einmal durchbrochen. Volumen deutlich am Abnehmen, also auch kein wirklich positives Zeichen mehr. Und wenn wir uns jetzt den 1-Stunden-Chart angucken, befinden wir uns hier eindeutig in der Bearish Divergence. Wir sind schon oder kratzen wieder im überkauften Bereich hier mittlerweile im RSI. Trotzdem haben wir immer noch ein bisschen Luft. Ich habe ja gestern schon darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte hier noch nicht wirklich short gehen in diesem Bereich. Für mich weiterhin die Zone hier oben, diese 17.000 bis 17.250. Das ist die Zone, die für mich für einen Short interessant wäre. Momentan befinden wir uns zwar am oberen Ende dieser Range zwischen 15.400 und ungefähr 17.200 US-Dollar. Aber trotzdem möchte ich nicht mittendrin im Nirgendwo es shorten. Es ergibt für mich momentan zumindest wenig Sinn. Wir haben hier oben einfach die meiste Liquidität liegen. Sehen wir hier drüben auch nochmal an dieser großen roten Candle. Da liegt die Liquidität. Dann haben wir hier nochmal so einen kleinen Wig bei ungefähr, wo haben wir hier, 17.140. Das sind die Bereiche, die für mich interessant werden zum Short machen. Momentan mache ich hier erst einmal gar nichts. Der Trend ist hier noch intakt. Wie gesagt, wir haben aber auch eine Bearish Divergence. Darauf müssen wir auf jeden Fall noch achten. Und gestern gab es einigermaßen positive Zahlen von der FED. Dass es hieß, okay, man denkt darüber nach, doch nur 50 Basispunkte und so. Deswegen ist jetzt auch ungefähr zu 80% mittlerweile FOMC-Meeting. Der Beschluss, sage ich mal, beziehungsweise die Vorlage 80% erwarten, dass es nur um 50 Basispunkte nach oben geht. Das hat natürlich die Märkte auch wieder ein bisschen beflügelt. Also hier vielleicht eine kleine Jahresendrallye möglicherweise drin. Wenn dann nächste Woche oder übernächste Woche dann die FED-Sitzung ist. Aber wie gesagt, das ist alles noch in der Zukunft. Kurzfristig befinden wir uns erst einmal in einem Abtrend. Trotzdem die 17.200 US-Dollar sind erstmal verlockend zum Shorten. Ansonsten gibt es hier eigentlich wenig darüber zu sagen. Wir haben weiterhin die Vector Candles bei ungefähr 15.800. Und wir haben noch eine bei ungefähr 16.300 US-Dollar. Also jeweils eine Ineffizienz und eine Vector Candle. Früher oder später werden die geholt. Und was haben wir letzte Woche gesehen? Genau zum Daily Close haben wir uns den Vector geholt. Also hier würde ich auf jeden Fall eher noch Downside erwarten. Anstatt dass wir jetzt auch die ganze Woche nach oben hin pumpen. USA hat heute zu. Thanksgiving morgen auch nur einen halben Handelstag. Ich hoffe, ich habe es dieses Mal richtig gesagt. Also da auch ein bisschen, ich vermute mal, dass es ein bisschen ruhiger wird. Aber eher mit der Tendenz Richtung nach unten. Gut, dann Ethereum. Gleiches Spiel. Wir sind jetzt hier. Gestern haben wir ja darüber gesprochen. Die 1.200 US-Dollar ist so die Marke, wo ich mir eventuell einen Short überlegen kann. Sieht auch relativ gut aus auf dem 1-Stunden-Chart. Hat wenig Volumen. 1-Stunden-Supply wurde perfekt angetestet. Die Ineffizienz hier in gelb dargestellt wurde erfüllt. Das heißt, die können wir raus machen. Aber wie gesagt, die 1-Stunden-Supply haben wir hier. Und wir haben noch so eine minimale 1-Stunden-Supply hier oben in dem Bereich der 1.218 bis 1.220. Ebenfalls hier nochmal so einen kleineren Abverkauf. Den mal ein bisschen im Auge behalten. Je nachdem kommen wir hier mit einem 4-Stunden-Close über die 1.210er Marke drüber. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir in den Bereich der 1.235 kommen. Das wäre dann so dieser letzte Move, den Bitcoin machen könnte in Richtung 17.200 US-Dollar. Bis dann eben diese Trendwende kommt. Also da müssen wir ein bisschen drauf achten. Momentan zumindest auch hier erst einmal ein steiler Abtrend, der aber auch hier mit deutlich sinkendem Volumen mittlerweile einhergeht. Also wir müssen hier langsam ein bisschen vorsichtig sein. Noch keine Bearish Divergence auf dem 1-Stunden-Chart, so wie wir es bei Bitcoin momentan haben. Trotzdem Vorsicht. Also nicht mehr jetzt in irgendwelche Longs reinspringen. Ich gucke hier wirklich nach Short-Einstiegen und momentan so die 1.220-Region. Vielleicht sogar hier jetzt, muss ich mir mal noch in den nächsten Stunden überlegen. Bis nach ganz oben wäre das ungefähr ein Risk von 3%. Das kann man meines Erachtens eingehen. Ist zwar ein Risky-Trade, aber wir haben einen sehr, sehr hohen RSI. Wir haben unten ein paar Vector-Candles. Also für mich das Chancen-Risiko-Verhältnis hier deutlich, deutlich besser auf jeden Fall. Gut, dann habt ihr euch einerseits XRP gewünscht. Da kommt morgen auf jeden Fall noch ein ausführliches Update. Hier habe ich ja gestern schon gesagt, 25% Profite sind eingesackt. Seitdem hat sich auch wenig getan. Wir sind zwar hier auch noch in einem Abtrend mit deutlich sinkendem Volumen. Bearish Divergence, also auch hier nehme ich jetzt nochmal dann nach dem Video, also für alle, die jetzt hier noch in dem Trade drin sind, nochmal 10%. Das heißt, die Position ist zu 35% zu, die wir hier unten am Golden Pocket eröffnet haben. Dann noch ein kleines Update zu Cardena. Haben wir ja entweder gestern oder ich habe es in der Gruppe. By the way, kommt gerne in die Telegram-Gruppe. Link ist unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr irgendwie solche Spot-Trades und sowas nicht mehr verpassen wollt, gerne dazukommen. Würde ich mich riesig darüber freuen. Mittlerweile seit Kaufzeitpunkt hier knapp 13% im Plus. Wir haben hier, was ich jetzt gerade nochmal in der Telegram-Gruppe gejoint habe, nochmal so die Möglichkeit, dass wir hier so ein kleines Adam-and-Eve-Pattern haben. Sieht zumindest auf den größeren Timeframes ein bisschen besser aus. Auch hier läuft ein Trade-Stop-Loss-Entry. Ich glaube, ich bin hier bei 0,85. Bin ich rein hier in dieser Region. Sieht momentan noch alles gut aus. Auch hier keine Bearish Divergence. Gar nichts momentan vorhanden. Trotzdem hier jetzt noch hinterher zu springen, kann ich einfach nicht empfehlen. Auch wenn dieses Pattern normalerweise absolut bullish ist. Wir kratzen so langsam, beziehungsweise sind hier ausgebrochen an diesem Downtrend. Eine Bestätigung wäre vielleicht nochmal eine Möglichkeit. und dann die Reise nach oben hin fortsetzen. Aber trotzdem, hier wäre ich eher Spot-Favorit. Deswegen die Spot-Order lasse ich auch erstmal. Wann ich hier Profite nehme, gebe ich auf jeden Fall Bescheid. Dann kommen wir zu euren Wünschen. Und zwar wurde sich einerseits gewünscht Ravencoin und Dent wurde sich auch noch gewünscht Ravencoin. Schauen wir uns mal ganz kurz auf den größeren Timeframes an, wie es hier aussieht. Hier hatten wir die Reaktion aus dieser Weekly-Demand-Zone. Seitdem hat sich wenig getan. Wir sind unter diesem Support hier wieder drunter gefallen. Wollte ich jetzt nicht machen. Und wurden dann auch hier direkt nochmal rejected. Also momentan sieht es hier nicht wirklich sonderlich gut aus. Klar, wir haben diesen krassen Impuls hier nochmal bekommen. Aber das Tief wurde mit relativ viel Volumen hier unten nochmal gebildet auf dem Daily-Timeframe. Also es sieht für mich eher danach aus, als ob wir hier nochmal diese Tiefs früher oder später abgreifen. Ansonsten Spot-mäßig sind wir echt schon sehr, sehr tief. Also da haben wir ja drüber gesprochen, hier wäre eine Möglichkeit gewesen. Und dann eben diese Weekly-Demand-Zone. Der ganze Aufkauf oder dieser ganze Bullrun, den wir hier letztes Jahr hingelegt haben, beziehungsweise ja doch letztes Jahr, Anfang des Jahres, wurde komplett wieder auf Null gesetzt, also geresettet. Deswegen hier unten eigentlich relativ gute Einstiegsmöglichkeiten. Was Spot anbelangt, Trade-Möglichkeiten, würde ich hier erst einmal die Finger davon lassen. Und dann schauen wir uns noch Dent an. Auch hier sehr interessant. Aber wir schauen uns hier den Lock-Chart an, weil da bin ich deutlich mehr Fan davon. Also da gibt es ein bisschen mehr Sinn. Also was wir auch hier sagen müssen, wir befinden uns in einem klaren Downtrend. Also das ist ganz, ganz klar ersichtlich. Aber auch hier haben wir ein riesiges Falling-Wedge-Chart-Patter mittlerweile gebildet auf dem Lock-Chart. Wobei man sagen muss, es sind sogar zwei, je nachdem. Also dieses Übergeordnete, da haben wir auf jeden Fall noch eine Menge, Menge Luft bis ungefähr 0011, bis wir hier ausbrechen würden ungefähr. Das andere, was wir in diesem Übergeordneten jetzt gebildet haben, wäre jetzt so langsam bei ungefähr 000828 zum Ausbrechen. Gleichzeitig, wenn wir hier noch ein bisschen näher ranzoomen, ich wollte euch nur mal dieses Gesamtbild zeigen, haben wir hier oben natürlich auch noch eine Ineffizienz. Hier oben bei dieser Daily Supply Zone, die ich euch jetzt gleich nochmal gleich dazu einzeichne. Also hier einmal die Ineffizienz, zusätzlich da oben ist noch so eine kleine Supply Zone. Also da liegt dann sehr, sehr viel Widerstand genau beim Breakout-Level. Da muss man genau darauf achten, ob dann wirklich die Kraft ausreichend ist oder ob wir hier einfach wieder rejected werden und einfach nochmal ein tieferes Tief setzen. Vom Volumen her, sage ich mal, ist es in Anführungszeichen okay. Wir könnten uns jetzt aber, sage ich mal, zumindest schnellstmöglich diese Ineffizienz nach oben holen. Dann kommt es darauf an, wie ist eben die Reaktion, reicht die Power bzw. der RSI für den Breakout? Oder gehen wir hier einfach wieder die Reise nach unten hin an? Und brechen hier einfach nochmal runter in den Bereich um 0,005. Das wäre so die nächsten Nachkauf-Level bzw. auch Trade-Möglichkeiten. Überlege ich mir aber auch jetzt, je nachdem, wie Bitcoin sich die nächsten Stunden verlängt, ob man hier auch nochmal so einen kleinen Trade macht. So einen Zwischentrade bis ungefähr hier hoch wären wahrscheinlich so 10% nochmal, was man hier plus machen könnte. Ja, sogar 27, okay, ein bisschen unterschätzt. Aber gut, muss ich mal gucken. Je nachdem, was sich hier nochmal ergibt in den kleineren Timeprims, werde ich auf jeden Fall in der Telegram-Gruppe nochmal ein Update da lassen. Gut, dann kommen wir noch ganz kurz zu den News. Drei Wege, wie Bitcoin die Welt besser macht, finde ich sehr, sehr gut. Ich glaube, drei Gründe reichen da gar nicht aus. Unser Finanzsystem ist wirklich am Arsch. Also, den Punkt macht Bitcoin auf jeden Fall schon mal besser oder würde es besser machen. Vielleicht fallen euch dazu noch ein paar Punkte ein. Warum könnte Bitcoin die Welt besserer machen? Würde mich mal gerne interessieren. Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns heute Abend um 19 Uhr zum Livestream. Würde ich mich freuen, wenn wieder einen Haufen von euch dabei sind. Wir gucken eure Altcoin-Wünsche an. Und ja, genau, das war es dann von meiner Seite. Wir hören uns dann heute Abend wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto und bye, bye.